Das Olympiastadion nicht ausverkauft, schätzungsweise 40.000 Zuschauer, werden wir nachher genauer erfahren. Jetzt die erste Ecke von Mario Basler. Und da ist er drin! Christian Siege war es, glaube ich. In der zweiten Minute. Besser kann es nicht anfangen. Was für ein Start für die Bayern. Bernd Dreher ist aufgesprungen. Und Christian Siege bringt den FC Bayern mit 1 zu 0 in Führung. Schön die Ecke von Basler. Siege und Rizzitelli müssen wir nun mal genau hingucken. Ich gebe das Tor mal Christian Siege. Vielleicht sehen wir es hier noch besser. Könnte auch ein Eigentor von Navarro gewesen sein mit der 2. Sei es drum.